Wie zum Teufel? Okay, der kam hinter mir, den hatte ich, aber der hat noch einer auf mich geschossen. Ja, ja, bla 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 bla, lass die Viechers fahren. Komm, Viechers, vor Ort. Okay, da sind die. Kann doch nicht wahr sein, warum passen meine Kameraden nicht auf? Kommt so ein Viech hinter mir? Okay, hab ich gekillt, aber irgendjemand hat auf mich geschossen. Boah, das nervt. Los geht's. Machen wir Jakob, die Viecher. Voll. Boah, da muss der nachladen. Okay, das sieht gut aus. Nicht weglaufen. Fuck, der ist da hochgesprungen. Geht doch. Nächste Fälle. Da haben wir noch einen Swarmer. Wir sind hier versorgen. Wir markierten einfach Swarmer alles. Wo sind sie? Komm schon. Wir haben hier voll genau reingerannt. Jo, ein Viecher. Irgendein dickes Viech. Oh shit, die hat nicht schießen können. Bisschen zu spät. Wo ist das, wo ist das, wo ist das, wie ich... Er hat gesessen. Das ist wie ein Raketenwerfer. Da. Ich bin dabei. Wir sollen sich beeilen. Kurz ein Prozess hier. Okay, den Rest hebe ich mir auch für die dicken Viecher. Obwohl, wir können den Swarmer benutzen. Davon haben wir zwei. Das Ding hat so genial. Okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ich hätte das Ding schon vorher abschießen können. Das wäre doch genial. So. Eine Gnade. Ich war nur so ein dickes Viech, kann ich mich erinnern. Wahrscheinlich nicht. Komisch. Kommt ihr da runter? Oh, jetzt müssen wir auf die warten. Das gibt's doch nicht. Dann komme ich halt zu euch. Kein Problem. Hier gibt's kein Versteck. Schon gar nicht für Aliens. Keine Munition. Ist klar. Da hinten. Ah, jetzt kommst du aus der Deckung. Genau, wo ich die Waffe wechsel. Nein, 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 nein. Wo ist der andere? Ich bin gerade angegriffen. Egal. Irgendwie hat mich das ganze Team alleine ausradiert. Oh, das war ein Inde schon. Oh, das war ein Inde schon. Kann man gerne doch. Komm schon, lass es das doch langsam gewesen sein. Ich brauch was Größeres. Das würd's tun. Nächster Anflug kommt gleich. Geht's doch. Was mit dem Swammer? Hier war nur einer. Ah, kommt schon. Hm. Nicht genug. Versuchen wir's weiter mit Raketen. Fehlt das Ding nicht mehr aus. Komm. Der ging jetzt mal schön daneben. Ich weiß nicht, trefft das Viech irgendwie nicht. Scheint die Sniper effektiver zu sein. Okay, Swammer. Oh, das Ding ist kaputt. Da oben. Boah, bloß raus hier. Schon da. Und zwar schnell. Alcatraz. Hoffentlich erreiche ich damit auch Ihre Kameraden. Ich leite dieses Signal von Ihrem Anzug auf Ihre Funkgeräte um. Mein Name ist Jacob Hargreave. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass der Anzug von Alcatraz sich gerade zu einer mächtigen Biowaffe gegen die feindlichen Aliens entwickelt. Aber um diesen Prozess abzuschließen, ist ein Stabilisator erforderlich. Alcatraz. Sie müssen sofort zum Hargreave-Rash-Gebäude. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Nehmen Sie Ihre Kollegen mit. Sie werden Ihre Hilfe brauchen. Bitte beeilen Sie sich alle. Die Seth werden nicht auf uns warten. Warum helfen die uns dann einfach so und hören auf ihn? Na gut, wir haben keine andere Wahl. Das Hargreave-Rash-Gebäude. Aber der Haupteingang ist wegen Schutt unpassierbar und das Gebäude ist abgeriegelt. Die Sicherheitssysteme zeigen, dass die Parkebenen zumindest teilweise nicht abgeriegelt sind. Und von dort aus sollten Sie bis ins Erdgeschoss raufkommen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel oben im elften Stock. Es gibt im Moment zwar keinen Zugang zu Aufzug und Treppenhaus, aber am Sicherheitspult in der Lobby können Sie einen Systemneustart veranlassen. Sie müssen sich beeilen. Ja, wird gemacht. Der Anzug wird stärker und stärker. Was geht's? Schon unterwegs. Wow, jetzt haben wir sogar ein bisschen Wald. Folgechino, er weiß, wo es steht. Obwohl ich eigentlich auch da so einen blauen Pfeil habe. Das ging aber schnell. Jawohl. Und der Nächste. Geht doch. What the hell? So. Immer noch keine Munition für das Ding. Soldaten und Aliens vermischen sich hier. Okay. Munition. Wo? Da oben. Das müssen doch eigentlich zwei Punkte sein. Okay, dann nicht. Wo ist die Munition? Die lag doch hier gerade. Da. Oh. Ich will doch nur da rein. Geht doch. Irgendwie ein Mod. Besser als dieses Teil. Wow. Nehmen wir das Sturmvisier. Oder vielleicht erstmal Kim und Korn. Nächster Visier. Mal gucken. Oh shit. Riesiges Kampfschiff. Sie müssen sich einen Weg durch die Parkgarage freisprengen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel im elften Stock. Sie müssen durch die Lobby rauf. Auch noch durch die Fronttür. Und die Freiheitsstatuen. Schutt und Asche. Kriegen wir hin. Ey, den Abschaum ist schon unterwegs. Kümmern wir uns erst mal um sie. Wow. Nette Ansicht. Durch den Rücken in den Kopf. Jetzt ist aber gut. Ziemlich präzise die Viecher. Geht doch. Hier sind zu viele. Viel zu viele. Schon platt. Ich wollte gerade sagen. Jetzt ist doch garantiert irgendwo eine MG. Haben wir ihn hier. Infiltrier das Gebäude. Benutzt das bitte immer schützt. Okay. Das wird es natürlich auch. Da unten irgendwo. Explosion. Na kommt schon. Verstecken sich gut. Da. Na? Da hell. Ich nehme das Ding jetzt einfach mit. Viecher verstecken sich sowieso die ganze Zeit. Dankeschön. Das macht es mir noch viel leichter. Okay. Infiltriere H&R-Gebäude. Benutze bitte irgendeine Schütze. Schieße die Sicherheitstüren auf. Okay. Wo sind denn die scheiß Sicherheitsstüren? Wo muss ich überhaupt lang? Das scheint ja irgendwo hier unten zu sein. Hier. Geht doch. Okay. Gesagt, getan. Seifertien hat er ja mit Bravo bestanden. So muss das sein. Okay. Hallöchen. Ah. Mitten rein. Egal. Boom. Nochmal. Keine Chance haben die. Wenn das nicht mal geil war. Feuer einstellen. Komm schon, Idioten. Nur Geballer. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Da ist doch nur einer hinter mir. Böse, Böse. Wow. Granate. Ich stecke hier fest. Ne, da seid ihr. Ihr seid Futter. Boah. Im Nahkampf und der verrenkt nicht. Da bin ich. Da bin ich gepanzert. Okay, tauschen wir mal. Ah, ich will das andere. Ja. Hm. Like, eins. Und das ist großartig. Da bin ich. Da bin ich. Ja. Da bin ich.